Ich habe herausgefunden, ich kann Audio hören und Video drehen. Was will man mehr? Erstens, zweitens, anderer Tipsy vom Caritas Bus, der Kinder ist transportiert und behinderte Kinder. Und Kinder, die behindert sind. Fällt viel zu knapp bei mir vorbei. Recht witzig. Weil du denkst, dass genau diese Fahrer mehr Empathie zeigen. Okay, dann sind wir bei Konflikt 1. Ja, Merlin, kannst du helfen? Okay, ich helfe. Aber nicht sofort, muss später sein. Okay, Merlin, kannst du helfen? Muss aber X sein. Dann sage ich, aber wenn X falsch ist, ist es nicht gut. Oh mein Gott, Merlin, wenn du nicht helfen willst, sag es halt. Chill, Mann. Ich komme vorbei und mache das. Dann heute selbe Spiel. Merlin, kannst du helfen? Okay. Was ist, wie, wo, wer, wann? Keine Ahnung. Leute, Augen benutzt die hier. Ich brauche ein Modell. Gewöhn dir mal einen anderen Ton an. Weißt du, musst schon wollen, dass du helfen willst. Und jetzt sage ich mal, mache ich mal eine Alternativroute. Jetzt schauen wir uns mal den Alternativ fordern. Mal schauen, wie das rüberkommt. Bitter süß, ironisch ist das ja schon. Aber du hast es vorgeschlagen. Ja, auch mit den Skiz und Mindgames und dann kann man normal labern. Aber wenn du mit der Skiz und Scheiße kommst, dann bla. Und ehrlich sein soll ich dann auch nicht? Weil blibla blub. Dann müsste ich mich Bingchilling verstellen. Ich meine, ja. Ich mache es beim nächsten Mal. Next time I know. Maybe. Oder sowas, ne? Ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt aufsetzen muss. Telepump das Skript bereit. Rekordstart los, ne? Sei jetzt mal so. Ihr wisst bescheid, ich weiß bescheid. Hehehe. Rekordstart los, ne?